Ein sehr guter Vorsatz, Pat. Denk nur weiter so. Und ich denke daran, wie ich dein Geld ausgeben werde. Das Einzige, worüber Sie nachdenken sollten, Mr. Bonny, ist, dass Sie bald vor Ihrem höchsten Richter stehen werden, der über Ihre verderbte Seele urteilen wird. Und nun, hören Sie mal gut zu. Kurz bevor der Strick sich strafft, wird Ihnen die Erleuchtung kommen wie ein Blitzstrahl. Und Sie werden erkennen, dass das, was ich Ihnen sagte, die Wahrheit ist. Sie werden noch gläubig sein, bevor ich fertig bin mit Ihnen. Drei für dich. Woran glaubst du eigentlich, Bell? Nun, ich glaube daran, dass ich das bessere Blatt habe. Und darum erhöhe ich um fünf... Billy! Irgendwo in der Bibel steht es geschrieben. Ein jegliches hat seine Zeit. Die Liebe hat ihre Zeit. Der Hass ebenfalls. Und auch der Tod. Aber jetzt ist es Zeit für dich, dass du Gott näher kommst. Ich hörte, Gott zieht schnell. Aber ehe ich darauf wette, möchte ich ihm erst gegenüberstehen. Das wirst du. Also, ich mach mich jetzt auf den Weg. Ich muss noch ein paar Steuern eintreiben. Er gehört euch. In zwei Tagen bin ich zurück. In acht Tagen ist es soweit. Dann hängen Sie, Billy. Doch vorher sollten Sie lieber niederknien und sich zu Gott, unserem Herrn, bekennen. Pat, halt mir bitte dieses Arschloch vom Leibe, bevor ich ihm das Genick breche. Ich kann mir nur wünschen, dass Sie das versuchen. Ich habe meine Büchse mit zehn Centstücken geladen. Die Münzen würden Sie durch Löchern aus Ihrem Körper ein Sieg machen. Bob! Ich würde lieber einen Choral singen, solange es Ihnen noch möglich ist. Bob! 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 Verdammt! Wenn du ihm noch länger so zusetzt, dann schicke ich dich noch heute zurück nach Texas. Tu's nicht. Ich, äh... Hätte ihn gern noch ein Weilchen hier, den Diener des Herben. Für diesen Vorsatz bewundere ich dich, Pat. Immer weiter so. Dann kann ich mir jetzt schon überlegen, wie ich dein Geld auf den Kopf hau. Denken Sie lieber über etwas anderes nach, Mister. Wie das sein wird, wenn Sie vor dem Höchsten Gericht stehen und um Ihre verdorbene Seele zittern. Dann, hören Sie zu, hören Sie gut zu. In dem Moment, wo der Strick sich spannt, wird es Ihnen blitzartig klar werden, dass es so ist, wie ich es Ihnen gesagt habe. Sie werden noch lernen zu beten, bevor ich mit Ihnen fertig bin. Drei für dich. Woran glaubst du denn, Bell? Ich glaube, ja, was glaube ich denn? Ich bin, äh, ein kleiner Mann und mache meinen Job. Und außerdem glaube ich, dass ich von dir was sehen will. Und erhöhe auf fünf. Belly, irgendwo in der Bibel steht, es gibt für alles eine Zeit. Eine Zeit zum Lieben, eine Zeit zum Hassen, eine Zeit zum Töten. Aber jetzt ist die Zeit, wo Sie sich mit Gott auseinandersetzen müssen. Ich habe gehört, er ist schnell. Aber ich müsste ihm erst mal gegenüberstehen, bevor ich das glaube. Das wirst du. Und du, Bob, woran glaubst du noch? Außer an Gott. An mich. Genau wie der alte Roger. Der hat auch sein Leben lang die Meinung der Minderheit vertreten. So, ich muss dann wieder mal was tun. Ein paar Steuergelder kassieren. Macht's gut. In zwei Tagen dann. Noch acht Tage bis zum letzten Morgenlauen. Wird Zeit, dass Sie in die Knie gehen und sich vertraut machen mit Ihrem Herrn und Meister. Pat? Halt mir bloß dieses Quatschmaul vom Leib oder ich mache Puppendreck aus ihm. Von hier aus soll mir recht sein. Versuchen Sie's. Ich habe hier im Lauf 16 dünne 10-Cent-Stücke. Machen Sie eine falsche Bewegung und ich mache ein Sieb aus ihm. Lass das, Bob. Singen Sie das hohe Lied des Herrn, bevor es zu spät ist. Bob, Bob. Verdammt. Wenn du noch mal so mit ihm umspringst, muss ich dich zurückschicken nach Texas. Nicht nötig. Ich hätte nichts dagegen, wenn er hier bleibt. Wir befinden die Tn-Cent-Stigung nach unten. Bein Wiener ist es sieht gut. Und ich werde Perry anblade. Und ich komme daher. Ich werde das nicht momentan. Und ich bin dafür etwas TEST vor, so ganz viel pearl frage.